Volkskrankheit, Migräne, Sehnerventzündung, die Systemerkrankung, Sarkoidose, Energielosigkeit und final auch 24 Kilo Depotfettabbau. Darüber spreche ich heute mit Yvonne Rauhut bei Unsere KurTV. Ja, liebe Yvonne, erstmal vielen Dank, dass du nach getaner Arbeit, du arbeitest bei einer Bank, hast heute bis spätabends gearbeitet, bist noch zu Hause gewesen, hast jetzt gerade die Kinder noch versorgt. Ist also überhaupt nicht selbstverständlich, dass du dann nach getaner Arbeit hier noch zum Interview bereit bist. Dafür wirklich ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wir werden ja jetzt einen Erfahrungsbericht von dir erfahren. Vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist, vielleicht was du machst und im Prinzip ein bisschen so deine Vorgeschichte, wie es dann in diese von mir jetzt in der Anmoderation schon geschilderten Umstände, wie du da reingefunden hast. Okay, gerne. Mein Name ist Yvonne Rauhut. Ich bin 40 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder und bin eigentlich schon, seitdem ich in der Pubertät war, also seit 14, in irgendeiner Richtung krank oder habe irgendwo meine Problemchen. Es hat angefangen mit Allergien, Obst, also Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten. Ich durfte, seitdem ich 14 bin, also zwischen 14 und 24 hat sich das Ganze verstärkt und verschlimmert, aber durfte ich kein Obst und kein Gemüse im rohen Zustand essen. Im Vorgespräch habe ich von einer Gurkenunverträglichkeit erfahren. Ich glaube, damit hat es ein bisschen so begonnen. Und in den Folgejahren kamen weitere Gemüse- und Obstsorten dazu. Richtig, mit der Gurke hat es angefangen. Gurkensalat ging von heute auf morgen nicht mehr. Und das hat sich wirklich gesteigert, bis ich eigentlich nur noch, ich konnte nur noch Johannisbeeren essen, sonst keinerlei Obst im rohen Zustand. Und auch kein Gemüse, kein Rohkost, grüner Salat ging. Aber ja, mit jedem Jahr wurde es stärker, bis halt einfach nichts mehr war. Ich habe mich dann aber damit irgendwo arrangiert. Man kriegt dann auch die Hinweise von den Ärzten. Wenn man es nicht verträgt, sollen wir es bitte weglassen. Was ich dann auch gemacht habe. Es war quasi, wenn man so will, schon recht entfernt. Also 1993, der Beginn in, sagen wir mal, eine gewisse, das war so, wenn man so will, eine erste Herausforderung. Und dann hat aber vor circa vier Jahren, da kamen die Einschläge dann etwas näher und da wurden sie dann auch deutlicher. Also da kam quasi, wenn man so will, zu diesen Unverträglichkeiten, da kam dann eine Sehnerventzündung dazu. Willst du dazu was sagen, was hat man sich darunter vorzustellen? Wie würdest du das beschreiben? Das war ein sehr interessanter Tag. Also ich war morgens in der Kirche bei einem kirchlichen Anlass, ich glaube, Firmung von meinen Nichten. Und auf dem Heimweg nach der Kirche habe ich gemerkt, wenn ich aus dem Auto schaue, dass ich Schmerzen in den Augen bekommen habe. Vor allem beim rechts und links schauen, also hoch und runter. Also da war einfach ein Schmerz da. Ich bin dann im Nachhinein zu zwei Ärzten gegangen und hatte dann Glück, dass ein Arzt diese Sehnerventzündung sofort erkannt hat und mich ins Krankenhaus geschickt hat. Die haben das dann bestätigt und innerhalb von einer Woche ist mir auf der rechten Seite mehr oder weniger 90 Prozent vom Augenlicht weggegangen und auf der anderen Seite waren es vielleicht 60, 70 Prozent. Und ich musste ins Krankenhaus, habe da eine Kortisonbehandlung bekommen, über drei Tage Infusionen. Und dann kam nach und nach das Augenlicht wieder zurück. Und ich würde mal sagen, so, dass man wieder relativ normal sehen kann. Das war dann, denke ich, nach vier Wochen wieder gut oder besser. Und wirklich weg, würde ich sagen, war es dann nach einem halben Jahr komplett. Und dann habe ich notiert, gab es eine Neurosarkoidose, schweres Wort. Systemerkrankung hast du gesagt, hast du es genannt. Was stellt man sich darunter vor? Also grundsätzlich gibt es einmal eine Sarkoidose, das heißt, es ist eine Systemerkrankung, die sich auf den ganzen Körper beziehen kann. Also es gibt Sarkoidose für Haut, für Nerven, in der Lunge, am Herz. Also es kann eigentlich überall passieren. Und das sind so kleine Granulome, die sich dann an dem entsprechenden Körperteil oder an der Haut oder wie auch immer festmachen und dann das Ganze irgendwo beeinträchtigen. Und bei mir hat das vor mittlerweile jetzt drei Jahren, habe ich von heute auf morgen einen ganz starken Husten bekommen. Es fing Sonntagabend an, gehustet, schlussendlich sechs Wochen am Stück, wirklich nur gehustet. Und das Ganze hat sich dann mehr oder weniger über zwei Jahre hingezogen, bis man herausgefunden hat, dass das wohl eine Sarkoidose ist. Und daraufhin wurde dann die Vermutung festgestellt, dass das vermutlich diese Sehnerventzündung auch schon der erste Schub dieser Sarkoidose war. Und das nennt man dann eine Nerven- oder eine Neurosarkoidose. Ich habe ja in unserem Vorgespräch ein Versäumnis praktiziert. Ich habe ja die Migräne nicht, also wir haben die nicht aufgeschrieben. Dann warst du ja quasi auf dem Nachhauseweg und dann, die Migräne haben wir vergessen. Du musst mir nachher jetzt bitte in der Abfolge sagen, wann kam denn die Migräne ins Spiel. Da habe ich nämlich jetzt keine Ahnung. Also das sagst du dann bitte rechtzeitig. Oder war die... Die war vorher schon. Die war vorher schon. Dann wird es ja jetzt Zeit, dass du jetzt über die Migräne mal redest. Das heißt also, wenn dich die Migräne womöglich schon vor dieser Sehnerventzündung oder vor der Neurosarkoidose, dann hätte man das ja eigentlich müssen sie zuerst ansprechen. Wie war das? Die Migräne war vorher. Ich kann aber jetzt gar nicht mehr sagen, zu welchem Zeitpunkt. Aber ich würde sagen, das habe ich seit circa zehn Jahren. Also auf jeden Fall seit zehn Jahren, vielleicht auch länger. Und wie hat sich die, wie hat sich, sagen wir mal, in welcher Form hat sich die ausgedrückt? Wie stark war die? Wie häufig war die? Beschreib es mal. Bei mir war die, das hat sich relativ bald immer zu einer 24-Stunden-Migräne ausgebildet. Das heißt, ich war wirklich 24 Stunden total eingeschränkt mit schwersten Kopfschmerzen oder Migräne, inklusiv teilweise Erbrechen und ganz starke Lichtempfindlichkeit. Ich konnte keinerlei Geräusche hören. Also das Atmen von meinem Mann fand ich manchmal schon zu laut und zu anstrengend. Rollladenrunde, 24 Stunden, das sind in der Regel zwei Tage, weil es fängt ja nicht morgens an. Und ja, und dann hat man meistens noch einen dritten Tag, wo man dann erstmal wieder normal werden muss, weil man sich einfach nach gefühlten zwei Tagen Migräne total kaputt fühlt. Setzt man da Schmerzmittel ein? Ja, habe ich auch gemacht, viele verschiedene ausprobiert. Es war dann teilweise so, wenn ich die frühzeitig genommen habe, waren es dann vielleicht bloß 20 Stunden sozusagen. Oder man konnte zumindest die 24 Stunden etwas besser durchhalten, im Sinne, dass man halt leichter schlafen konnte. Weil mit schwerer Migräne hat man schon Schmerzen im Schlaf. Das heißt, man wacht vor lauter Schmerzen auch teilweise auf. Das heißt, da gibt es das Gebot des rechtzeitigen Schmerzmitteleinsatzes? Ja. So kann man sagen. Das heißt also, zehn oder sogar gut zehn Jahre heftige Migräne hat das dann häufig, also ist das denn so, dass man bei einer Migräne, also ich muss die blöde Frage stellen, weil ich habe noch nie Migräne, da bleibt man zu Hause von der Arbeit. Ja, da geht gar nichts, da geht nicht Autofahren, da geht gar nichts. Und so in einem, nennen wir es mal, Jahresverlauf oder wie würdest du jetzt die Quantität versuchen zu beschreiben, also wie häufig war das? Zwischen zehn und vierzehn Mal, also auf jeden Fall einmal im Monat. Einmal im Monat schon. Also das ist schon sehr stark beeinträchtigend, wenn man ab jedem Monat zwei, drei, sagen wir mal drei Tage quasi genommen bekommt. Gut, über das Wegkommen von der Migräne und überhaupt halt über die Besserungen, da sprechen wir jetzt gleich. Jetzt hatte ich mir dann notiert eine Energielosigkeit. Versuch mal deine Form der Energielosigkeit, also da kenne ich mich jetzt wieder gut aus, da bin ich quasi d'accord sozusagen. Versuch du mal mit deinen Worten deinen Energielosigkeitsstatus zu beschreiben. Wie war das? Das hat bei mir so bewusst angefangen, als ich eben nach dieser Sehnerventzündung wieder daheim war. Man hat zu mir gesagt, ich soll mich schulen, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen, war klar, aber ich habe daheim zwei Kinder, die zu dem Zeitpunkt eben zwei und vier waren. Das heißt, ich habe die trotzdem morgens gerichtet und das Frühstück gemacht, also einfach das Selbstverständliche, was man jeden Tag macht. Und meine Schwiegermutter hat dann die Kinder in den Kindergarten gebracht oder mitgenommen und kaum waren die aus dem Haus, bin ich mehr oder weniger umgefallen vor lauter Erschöpfung. Und mehr oder weniger mit diesem Tag ist meine Energie eigentlich gar nie wieder richtig zurückgekommen. Das heißt, ich persönlich konnte eigentlich alles machen, was man wirklich so zwingend machen muss. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe meine Kinder gerichtet, ich habe das Nötigste gemacht. Aber sobald ich vielleicht zur Ruhe gekommen bin oder vielleicht keinen Beobachter mehr hatte, wie jetzt die Kinder, die jetzt irgendwas gebraucht haben, bin ich wirklich teilweise, nicht gerade nämlich zusammengesackt, aber einfach starr gewesen im Sinne, ich kann jetzt nichts tun. Ich wusste zum Beispiel, ich muss jetzt Wäsche waschen und die Wäsche, das habe ich auch noch hingekriegt. Und es konnte aber sein, dass die Waschmaschine schon vier Stunden fertig war und ich es nicht hingekriegt habe, jetzt muss ich die rausholen. Also das war dann mehr oder weniger zum Schluss oder wo es einfach ganz, ganz stark war. Und anfangs war es halt ja, dann putze ich die Fenster halt erst nächste Woche und vielleicht dann erst nächsten Monat. Also solche Sachen. Wie gesagt, also das Notwendigste, was man einfach so machen muss, Kinderversorgung oder Mittagessen, das konnte ich eigentlich immer machen. Aber man hat ja einen gewissen Anspruch an sich selber und vor allem, man kennt sich ja, wie man in gesunden Zeiten isst. Und davon war es einfach meilenweit entfernt. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Da hast du auch so ein bisschen so am Wochenende eine quasi Implosion erfahren, also sprich vielleicht unter der Woche relativ funktioniert, wie so ein Bio-Roboter. Man hat halt seine Pflichtaufgabe, als er sind, eben da einen Arbeitsplatz. Das hat man erledigt, pflichtgemäß, hat sich quasi schon dahin geschleppt, hat das Beste gegeben, hat vielleicht dann auch noch zu Hause das Beste gegeben im Sinne der Kindesversorgung. Oder du hast das Beispiel mit dem Wäschewaschen, aber dann irgendwann, pff, dann ist die Luft draußen und dann geht, also irgendwann kommt dann diese Implosion und dann geht gar nichts mehr. Also du hast ja das super Beispiel gebracht mit dem Wäschewaschen, habe ich nur, aber ich war dann immer in der Lage, die aufzuhängen zum Beispiel. Ja, genau. Das passt. Ja, also auch jetzt Wochenende, also Freizeit, Freizeit gab es eigentlich nicht mehr. Man hat eben das gemacht, was gemacht werden muss und danach hingesessen oder hingelegt. Irgendwie abends weggehen oder zum Beispiel einkaufen, einkaufen fand ich was ganz Schlimmes. Die Tatsache, dass man im Laden gehen muss, irgendwas entscheiden muss, wenn es dumm läuft, nur mit irgendjemand Smalltalk halten muss, dann bezahlen, heimbringen, die schwere Kisten hochtragen, dann muss man das daheim. Das ist ja alles ein Ratteschwanz. Wenn man keine Energie hat, ist das wahnsinnig viel, nur einkaufen zu gehen. Wenn man gesund ist, macht man das halt. Das mache ich schnell. Aber wenn man eben kränklich ist oder keine Energie hat, dann ist das so viel. Ich war meinem Mann so dankbar, dass er das, sagen wir mal, oft und meistens übernommen hat oder mit den Kindern irgendwas machen. Man konnte vielleicht mal noch so kleine Sachen machen, aber für mich war gefühlt ein halber Tag irgendwie eine Aktion machen mit den Kindern. Danach musste ich einen halben Tag aufs Sofa liegen. Ja, jetzt kommt die gute Nachricht, du bist nicht allein in diesem Land. Du wirst kaum glauben, wie viele Menschen mir am Telefon genau diese Situation schildern. Das heißt also, das ist inzwischen quasi eine Volkskrankheit, dieses ausgezehrt sein, dieses ausgebrannt sein. Bei Lichte betrachtet ist es total logisch, weil in der Nahrung halt die essentiellen Stoffe fehlen, sind dort viel zu wenig präsent. Und wir, also unsere, ich sage jetzt mal, unsere Vitalstofftanks, die gehen quasi gegen Null. Und dann zeigen sich halt divers, wie man jetzt an deiner Aufzählung sieht, halt diese, nennen wir es mal Erkrankungen, Symptome, Störungen. Denn, ich mag das Wort Krankheit nicht wirklich. Und dann, wie gesagt, wenn dann halt einmal das Fass voll ist, dann kommt eins zum nächsten. Das kann man aus deiner Geschichte wunderbar rauslesen. So, und dann kam die Wende. Das heißt, dann war das so, dass der Michael, dein Mann, der hatte einen Tennisarm, also ein Problem am Arm und begab sich dann auf Empfehlung seines Chefs zu meiner Lebenspartnerin, zur Gabi. Und wir haben ja hier hausintern eine eigene, ich nenne es jetzt einfach mal, biophysikalische Ergänzung zu unserer Kur. Das nennt sich EPM-Kur. Ja, und der kam dann nach Hause, nach dieser ersten, ich nenne es jetzt mal Sitzung, und hat dann was berichtet? Und hat dann über eine fremde Frau geschwärmt. Ja, so war es genau. Also er war total begeistert, er hat es teilweise gar nicht so richtig in Worte fassen können. Er hat mir dann seinen Arm gezeigt, wie er den wieder bewegen kann, obwohl das ja seit, das war gar nicht der Grund, warum er gekommen ist. Also er hatte ja den Tennisarm auf der einen Seite, aber hatte auf der anderen Seite noch Probleme und den kann man besser ausstrecken. Also er hat nur geschwärmt und geschwärmt und geschwärmt, das ist gut und das ist toll, und dann war ich neugierig. Aber er kam dann ja nochmal zu ihr und hat dann beim zweiten Gespräch oder bei der zweiten Sitzung über mich berichtet. Und da hat dann die Gabi so gewisse Schlüsselwörter genannt, wie sie kennt die Problematik. Und obwohl ich ja nichts mit Muskeln oder Knochen hatte, das ja eigentlich eher Richtung Psyche geht. Und ich soll vorbeikommen, das kriegen wir hin. Und sie hat ja selbst auch eine chronische Nerventzündungsvorgeschichte gehabt. Und das hat dich irgendwie, ja zumindest mal neugierig gemacht und hast gedacht, okay, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann hast du so eine erste, ich nenne es jetzt mal Energiearbeitssitzung abbekommen und da gab es einen entscheidenden Moment. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich mit einer gewissen Skepsis gekommen. Wenn man schon seit zwei, drei Jahren mehr oder weniger von Arzt zu Arzt rennt, bis diese Diagnose stand und doch das eine oder andere ausprobiert hat und auch schon Hinweise kamen, das ist halt eine Depression oder wie auch immer, da kommt man natürlich nicht hierher. Man hat ja auch gar nicht die Energie und sagt jetzt, das ist jetzt genau die Frau, die mir hilft. Deshalb, ich bin da auf dieser Liege gelegen und habe gedacht, jetzt gucke ich mal. Ja, was die wohl macht und diese Piekserei sozusagen ist ja auch nicht nur angenehm, so würde ich es mal ausdrücken. Wusste ich aber eben schon, hat mein Mann mir auch gesagt. Und ja, dann gab es halt gefühlte 20 Pikse, die alle erst ein bisschen schmerzhaft waren oder teilweise ein bisschen schmerzhaft waren. Nicht jeder Punkt ist ja schmerzhaft. Und dann war einer, der war gar nicht so schmerzhaft und die Gabi hat aber genau gewusst, welchen Punkt sie da gerade bearbeitet und hat den dann eben länger bearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, wie innerhalb von, ja, es hat sich so ein Schmerz aufgebaut, der dann sich umgewandelt hat in so eine Art Strom, also inneren Strom. Und es hat ja nichts mit Strom von der Gabi aus zu tun, sondern es war in mir ein Strom, der durch meinen, also vom Finger über den Arm, ja, sich gezogen hat und aufgebaut hat. Und der Höhepunkt war dann, dass eben mein linkes Bein in die Höhe gesprungen ist. Das war quasi wie ausgeschlagen. Wie ausgeschlagen, ja. Und immer mal so hoch und nach einer gewissen Zeit war dann der Schmerzpunkt am Finger wieder im Normalmaß, also weg. Und da waren wir uns beide eigentlich relativ schnell einig, dass das jetzt schon ein sehr guter Punkt war. Ich bin ja aber trotzdem noch gelegen, das heißt, man hat dann die weiteren Punkte bearbeitet vom restlichen Körper. Ja, und dann bin ich aufgestanden und ja, ich habe es innerlich schon gespürt, aber wo man dann, wenn man dann steht und wenn man dann läuft, das war so ein Gefühl, wie ich habe jetzt in dieser halben Stunde oder Stunde dreitausend Kaffee getrunken und vielleicht noch ein Red Bull dazu. Ich war innerlich geflogen und innerlich auch irgendwie so eine gewisse Aufgeregtheit gehabt und eine Freude gehabt und das Gefühl, also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, es war einfach zu tausend Prozent anders wie vorher. Also du warst quasi positiv aufgedreht. Ja, total positiv, wie wenn man von einem Fest kommt, wo einfach gut war und danach denkt, boah, war das schön und so, so eine innere Zufriedenheit, das war. Das war aber nicht nur so eine Kraft, dass da so eine Kraft in dich hineinkam, diese physische Kraft, sondern da kam die Psyche auch noch hinterher, also die Aufhellung, denke ich. Sofort. Das war alles in einem. Das ist ja auch das, was ich bis jetzt noch nicht so richtig verstehe. Man kann ja eigentlich nicht, wenn man eben lange keine Energie hat, dann kann man sagen, das eine ist der Körper, aber es ist ja auch so, dass du irgendwann schon leicht ins Depressive, ich will nicht sagen, dass ich eine Depression schon hatte, aber man ist jetzt einfach nicht mehr gut drauf, wenn man ununterbrochen krank ist und ununterbrochen weiß, es geht einem nicht gut und ich stehe da von der Liege auf und gefühlt ist beides weg. Das war für mich ein Phänomen und die nächsten Tage, wenn ich auch jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, ist es noch da? Habe ich sie noch, die Kraft? Also du hast halt logischerweise gedacht, das war bei mir übrigens, bei meinen Phantomschmerzen auch so, wenn du die 37 Jahre lang hattest und nimmst was und weg und weg und weg und dann denkst du immer, ja, bleiben die weg. Ja, aber bis heute, wann war das in etwa? Vor einem guten halben Jahr. Okay, und bis heute sieht gut aus, oder? Bis heute sieht gut aus. Wie sieht es, ich frage jetzt mal so für mich die Eckdaten ab, die Migräne vor allem, die interessiert mich, weil die ist ja schon sehr, 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 sehr belastend gewesen. Ich hatte nie wieder eine Migräne, allerdings hatte ich einmal Augenprobleme zwischendrin mal. Das könnte wohl auch eine Art der Migräne gewesen sein, das war aber eine Sache von einer halben Stunde und habe laut Augenarzt, müsste man danach noch einen Migräneanfall kriegen, kriegt nicht jeder, aber die meisten kriegen das wohl und habe ich nicht bekommen. Also ich hatte diese Augenproblematik, diese halbe Stunde und keinerlei Migräne. Zwischendurch mal ganz, ganz leichte Kopfschmerzen, aber das ist gar nichts. Also nie wieder ein Tag Ausfall. Also du warst nicht mehr krankgeschrieben? Nein. Dann ist ja diese Maßnahme eigentlich auch etwas, wo der Arbeitgeber eigentlich jubilieren dürfte. Ja, also bestimmt coole Sache, oder? Seitdem. Dann ist es natürlich volkswirtschaftlich sehr sinnvoll. Ich will vielleicht nochmal zu dieser Methode ein bisschen was sagen, weil das klingt ja jetzt erstmal etwas nebulös. Also es ist erstmal formal betrachtet sogenannte Energiearbeit. Es wird gepiekt, es wird gestupft, wir nennen das Pointen. Das geht nicht unter die Haut, das kannst du bestätigen, das sind nur so Druckimpulse. Nur wenn es halt entsprechend neuralgische Punkte sind, dann tut es halt auch mal weh. Das ist dann übrigens ein Zeichen, dass dort eine Blockade sitzt. Da gibt es dann auch sogenannte Aktivpunkte und genau um solch einen Punkt hat es sich dann gehandelt, wo bei dir quasi so der Schalter oder vielmehr der Punkt getroffen war. Da blieb sie drauf, das hast du gemerkt und das nennt man halt internen Aktivpunkt. Ja und diese Methode, wie gesagt, als Energiearbeit, die hat dir, weil die Biophysik, also diese Ströme, du hast eigentlich das wunderbar in eigene Worte gekleidet, dass da wie so ein Strom durch dich gegangen ist, der sogar final hat das Bein ausschlagen lassen. Genau um das geht es, es geht um die Wiederherstellung des Energieflusses, aber nicht in Form von Energie, was biochemische Energie wäre, also Ernährungsenergie, Kalorienenergie. Das meine ich nicht, ich meine die Elektrizität, weil der Mensch ist ein elektrisches Wesen. Wir sind wie so eine Art Schwachstromaggregat. Man kennt den Begriff der sogenannten Meridiane. Es gibt diese zwölf Hauptmeridiane, es gibt dann sogenannte Versorgungsareale und so wie es ausschaut, hat die Gabi den richtigen Punkt getroffen. So, jetzt bist du ja dadurch ein richtiges Energiebündel, also ich erlebe dich jetzt auch trotz getaner Arbeit so richtig tough. Da gab es dann am Tag nach diesem Punktsetzen, das finde ich noch eine witzige Anekdote, da war dann hier, also in unserer Region nennt man den Karneval Faschings Fasnachtshöhepunkt schmutziger Donnerstag und da gängst du dann das erste Mal wieder auf die Tour. Genau, das fängt morgens bei uns an, indem man die Kinder im Kindergarten bringt, dass die noch im Kindergarten sind und danach gab es ein Mittelfrühstück. Und ich denke mal, wäre ich am Tag vorher nicht zur Gabi gegangen, hätte ich mir schon mal ganz genau überlegt, ob ich zu diesem Frühstück gehe. Weil, nicht weil ich nicht gerne esse, das kann ich im Notfall ja auch daheim, aber es wäre ja wieder das Thema Smalltalk gewesen, überhaupt auf andere Leute zugehen und das war einfach wahnsinnig anstrengend für mich. Und an dem Tag war ganz klar, ich habe mich morgens gerichtet, habe mich wirklich schon entsprechend geschminkt und so weiter, also er hat schon allein die Energie gehabt, das Kind gerichtet und dann bin ich zu diesem Frühstück und nach diesem Frühstück durfte man dann die Kinder noch abholen oder sind in den Kindergarten gegangen und dann läuft da mehr oder weniger über den ganzen Tag im Dorf ist da Halligalli inklusive Umzug. Dieser Umzug, was wird das sein? Also auf jeden Fall einen halben Kilometer Berge aufgefüllt und dann läuft man das Ganze nochmal zurück. Also ich war da auf jeden Fall ca. zwei Kilometer bergauf, bergab unterwegs und danach trifft man sich mitten im Ort und trifft gefühlte 100 Leute, spricht man mit dem, spricht mit dem und das habe ich alles gemacht und schlussendlich, würde ich sagen, war ich an diesem Tag locker zwölf Stunden, eher 15 Stunden unterwegs mit allem, was dazugehört, mit vor allem viel Spaß und ganz, ganz viel Energie und ja, das hätte es vorher nicht gegeben. Auch nicht annähernd. Nicht annähernd. Nicht annähernd und das Coole ist daran, das war ein Tag danach. Das war der nächste Tag, ja. Das ist echt krass. Also das ist wirklich für uns, also für mich jetzt, die ich ja, ja jetzt vieles gewohnt bin hier, aber das ist natürlich auch für mich ein kleines Wunder im positiven Sinne, was nicht heißt, dass das nicht der Standard ist oder so, dass da nicht immer was Gutes rauskommt, aber das ist natürlich jetzt ein ganz signifikant toller Fall. Da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du bereit bist, mit diesem Beispiel demonstrieren zu können, was diese sogenannte Biophysik, die haben wir hier auch irgendwo verewigt, da hinten ist die Biochemie, da unten ist die Biophysik, die ist leider vom Stuhl ein bisschen verdeckt. Die kommt noch in der Reihenfolge vor der Biochemie, das heißt, die ist nicht wichtiger, sondern die ist halt vor der Reihenfolge vor der Biochemie, das ist beim Auto auch so. Wenn man das Auto startet, dann wird erstmal elektrisch ein Impuls gesetzt, man dreht den Zündschlüssel rum, so hat man es zumindest mal früher gemacht, jetzt drückt man ja nur noch und dann wird eben ein elektrischer Impuls gesetzt und der bringt dann erst auf chemischem Wege dann die Explosion, ich nenne es jetzt mal so die Zündung, den zündenden Funken im Motorraum in Gang. Also da haben wir im Prinzip dieses Wechselspiel aus Chemie, wenn es quasi im Motor verbrennt, und eben der Physik, sprich der Elektrik. So, und dann haben wir final, dann hast du gedacht, ja, wenn jetzt das schon so gut funktioniert hat, dann hat dir die Gabi wahrscheinlich auch von der Kur erzählt, also wenn man so will, eigentlich von unserem Flaggschiff, unserer Kerndienstleistung, dann hast du jetzt auch noch diese Kur gemacht. Du siehst jetzt aus, bist blöde Leben, muss ich echt sagen, also für das, dass du jetzt gerade von der Arbeit kommst, wie aus dem Bilderbuch, muss ich echt sagen, erzähl mal, wie hat dir das jetzt noch gut getan, also weißt du ja, gutes Wiederfahren, wir brauchen da jetzt gar nicht so lange drin rumrühren, weil wir haben genügend Erfahrungsberichte zum Gewicht, aber vielleicht einfach mal, dass unsere Zuschauer bis heute wissen, was du da bis zur Stunde erleben durftest. Die Gabi hat mir ja wirklich ein neues Leben geschenkt, das ist für mich einfach dieser Moment, neues Leben mit so viel neuer Energie, und diese Energie wollte ich dann auch irgendwann, oder relativ bald, nachdem sie mir das erzählt hat, dafür nutzen, ein großes Thema anzugeben, und das ist einfach das Thema Gewicht. Und sie hat mir aber auch gleichzeitig gesagt, das ist ja keine Diät, das ist eine Kur, und da geht es auch um Gesundheit, da geht es um viele andere Sachen, und ja, mit meiner doch teilweise einseitigen Ernährung, gerade das Thema Obst und so weiter, war ich da schon sehr gespannt, wie kann es mir da noch besser gehen. Die Kur an sich lief für mich wahnsinnig leicht, also ich hatte keinerlei Startschwierigkeiten, und hatte ja dann, nachdem, sagen wir mal, die ersten Kilos gepurzelt sind, mal noch ein Telefonat mit dir, mit zum Thema Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo du so locker gesagt hast, das verändert sich auch, und das habe ich mir angehört und habe auch brav genickt am Telefon, aber hätte es nicht geglaubt, und heute war unter anderem so ein Tag, wo es bei uns im Geschäft sind Apfeltage, und an die Äpfel traue ich mich noch nicht ran, weil ich da oft Halskratzen bekomme, und ja, so Richtung Atemdruck, aber es gab auch Birnen, und ich konnte heute voller Freude in eine Birne beißen und habe die ganze Birne gegessen, und das habe ich die letzten Wochen schon mehrfach gemacht, und man sieht, wie ich grinse, also für mich ist das ja wie Weihnachten, einfach ein frisches Obst zu beißen, und ich habe jetzt schon Kirschen probiert, ich probiere es halt nach und nach, Kirschen und Birnen, und demnächst wird man noch eine Mandarine oder eine Melone dran glauben müssen, ich probiere so eins nach dem anderen, aber es ist für mich ein Highlight, jemand anderes freut sich über die Schweinebraten, vielleicht, ich freue mich über eine Birne, aber das ist, wenn man 20 Jahre lang das nie hat essen dürfen, und auch dann Kinder hat, denen man sagt, Obst ist gesund, und sie sollen essen, und die Kinder schon von klein auf wissen, ja, aber die Mama isst das nicht, und auch jetzt bei jedem Essen auf dem Tisch, bei jedem Obst, Mama darf schon das essen, also es erinnert einen ja auch immer daran, du bringst deinen Kindern bei, dass du eine Art Krankheit hast, für Kinder ist das ja dann, Mama kriegt Bauchweh, Mama, das ist ungesund, und jetzt essen wir zusammen, wir essen zusammen Obst, das ist für mich das fast größere Highlight, wie die Tatsache, dass ich abgenommen habe, wenn das auch schön ist, und man kriegt ja entsprechende Rückmeldung, andere freuen sich über die Birne nicht so, aber ich freue mich wahnsinnig da drüber. Also wir haben heute ein Video gemacht, da habe ich über die Bedeutung der 47 essentiellen Stoffe, Nährstoffe, aber nur die essentiellen geredet, und meine Souveränität am Telefon damals, wo ich dir gesagt habe, du bist nicht krank, du hast nicht irgendwie ein höheres Problem, sondern es ist lediglich dieser verflixte Mangel. Also denk einfach mal an die Metapher, an das Gleichnis, das Bildnis, du hast einen Rasenmäher, und da ist kein Sprit drin, wie soll der funktionieren, und so habe ich dir mit genau dieser Souveränität, das habe ich so etwas von verstanden, und da bringt mir auch keiner aus der Ruhe, also auch die größte Skepsis am Telefon nicht, wenn ich sage, euch zu, du musst nur den Tank wieder füllen, und dann funktionierst du wieder. Ja, wenn es sich halt um eine Mangelsituation handelt. Es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, die sind dann eher vielleicht basierend auf zu viel Säure, zu viel Giftstoffe, Schwermetalle, etc. Aber das war mir ganz klar, das ist, also gerade diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das sind ja häufig so Einstiege in die Degeneration, das sind so diese, ich nenne die mal Mini-Krankheiten, die gar nicht sein müssten, wenn man die essentiellen Stoffe zu sich nimmt, dann funktioniert das wieder. Das kannst du bestätigen, du bist ja jetzt keine Vertriebspartnerin, oder irgendeine treue Kundin, irgendeines Supplementes, du bist eine taffe Frau, die in der Bank arbeitet, und sonst gar nichts, du bist eine Erfahrungsberichterstatterin, und du hast sicherlich mit etwas Skepsis, wichtig ja jetzt, sicherlich dann auch diesen Saft und diese Tropfen, aber du hast sie einfach mal brav genommen, oder? Und siehe da, jetzt siehst du es vielleicht, ich weiß nicht, mit einem anderen Auge, oder? Natürlich, natürlich. Aber du merkst jetzt, dass da halt, da sind jetzt diese Stoffe drin, die in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, Alltagsnahrung ohne Wertung, nicht drin sind. Und wenn die Essenz fehlt, wenn diese Funktionsstoffe, diese Mikronährstoffe, Vitalstoffe, egal wie sie nennst, diese Essenz in der Nahrung fehlt, dann kann man gleich anders, als dass dann halt irgendwelche Störungen auftreten. Ja, vielen Dank, liebe Yvonne, ich denke, das war ein wunderbarer Rundumschlag, also dieses Mal, dieses Mal Biophysik und Biochemie. Darf ich mal fragen, wie hat, das muss jetzt doch noch loswerden, oder doch noch abfragen, wie hat jetzt diese 24 Kilo Depotfettabtrag, wie ist das bei deiner Sozialumgebung angekommen? Fangen wir beim Mann an, und Arbeitskollegen? Natürlich gut, also die ersten paar Kilo, die ersten 10, 12 Kilo, die merkt eigentlich keiner, lag vielleicht an der Tatsache, dass ich wirklich viel Gewicht hatte, aber jetzt wirklich die letzten 10 Kilo, habe ich so das Gefühl, man wird auf einmal von jedem angesprochen, und das möchte ich auch gerade erzählen, meine Tochter hat mir mit ihren sieben Jahren gestern gesagt, Mama, du hast wirklich abgenommen, und habe gesagt, soll ich jetzt aufhören, ist es genug, und sagt sie, ja, es ist genug, deine Beine schwappeln nicht mehr so. Also ich habe jetzt das Okay meiner Tochter, und dass ich jetzt genau richtig bin, hat sie gemeint, also auch schon Komplimente von der Tochter. Komplimente von der Tochter, aber natürlich gerade auch bei Arbeitskollegen fällt es auf, und es ist ja nicht nur das Gewicht, sondern auch das Strahlen oder einfach mal eine andere Ausstrahlung, eine andere Ausstrahlung wie vorher liegt aber eben, liegt an dir und allem, was du mir jetzt Gutes getan hast, als auch an dem, was die Gabi mir getan hat, das war ein bewegendes Jahr. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, also vielen Dank, wirklich, das ist nicht selbstverständlich, dass man da nach der Arbeit hierher sitzt, das ist also sehr wertvoll für uns alle, ich denke aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die können da ganz viel Kraft auch rausziehen, die kriegen wieder Hoffnung, Du warst ja schon in einer misslichen Situation, und vor allem, wenn du da jetzt nicht auf den richtigen Pfad übergewechselt hättest, dann darfst du einfach nur nochmal logisch weiterdenken, dann hätte sich die Schraube halt noch weiter nach unten bewegt. Insofern, besten Dank für diesen Beitrag, das war sehr wichtig. Sehr gerne. Vielen Dank also. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es jetzt gesehen, dass also der Mensch nicht nur ein biochemisches Wesen ist, und die Biophysik kommt noch vor der Biochemie, das ist keine Wertung, sondern nur eine Reihefolge. Ein ganz wichtiger Hinweis, machen Sie sich da erkundig, das heißt, wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, sollte man das gut einschätzen, ist das jetzt wohl eher ein biochemisches Phänomen oder eher ein biophysikalisches. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für Ihr Dabeisein, abonnieren Sie unseren Kanal, empfehlen Sie unsere Arbeit weiter. Bis zum nächsten Mal hier bei Unsere KurTV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.